Ich habe heute irgendwo die Reklame von Neckermann gesehen. Ich habe immer noch den selben Werbespruch. Neckermann macht's möglich. Und das erinnert mich daran, vor 60 Jahren haben mein Vater und meine Onkels zusammengesessen und sich über ein Gedicht amüsiert. Und das ging so, als einst einmal ein Astronaut in seinem Wolkenwagen bei Petrus in den Himmel schaut, um Guten Tag zu sagen. Was hatten da die Englein an? Wer hätte das gedacht? Kleiderchen von Neckermann. Wie Neckermann das möglich macht. Kleiderschemen von Neckermann?